Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 546. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Marvin. Gude, hallo. Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute sehr intensiv über viele Tore der Eintracht zu reden. Inwieweit das heute passiert oder auch nicht, kommen wir gleich zu. Aber natürlich starten wir immer rein mit ein bisschen Hausmitteilung und möchten an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hier dieses wunderbare Format unterstützen könnt und damit dazu beitragen könnt, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden. Mal mit ein bisschen mehr Energie, mal mit weniger. Mal gucken, wie viel Energie dann gleich heute da ist. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr auf unserer Seite eintracht-podcast.de. Da findet ihr auch diese Folge und alle alten Folgen zum Nachhören. Und oben über den Link Support findet ihr die Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. So, und jetzt reden wir über das Spiel vom vergangenen Samstag. Die Eintracht hatte ordentlich Unterstützung im Frankfurter Stadtwald. Eins von den zwei Heimspielen direkt zum Beginn der letzten Bundesliga-Phase 23-24. Man hatte Union Berlin zu Gast und eigentlich weiß man ziemlich genau, was man da bekommt. Nämlich teilweise Anti-Fußball, aber dann auch immer wieder schnelle Umschaltsituationen, lange Bälle, Konter. Und ich hatte das Gefühl, Marvin, die Eintracht wusste in der ersten Halbzeit nicht so richtig, was sie da bekommt. Oder bin ich da zu kritisch? Nee, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Eintracht sich natürlich darauf eingestellt hat, eine in der zuletzten Zeit eher defensiv auftretende Unioner-Mannschaft, die ja durchaus in Sachen Remis einigermaßen bewandt sind, anzutreffen mit einem Defensivfußball. Und das war gar nicht so dauerhaft der Fall. Denn zwischenzeitlich war es echt so, dass du gesehen hast, die Unioner, die wollen. Und die haben Bock. Und die haben die ersten glattanten Chancen dann gehabt. Wir haben beispielsweise gesehen, dass Renault, der ehemalige Frankfurter Torhüter, der ja bei uns über den Status eines Reservisten nicht hinausgekommen ist, hat sich dort ja wunderbar gemacht. Und ist dabei mit einer, wie soll ich sagen, Abschlagssalve, die er mehrfach abgeschossen hat, immer wieder gefährlich geworden. Denn die Unioner wussten, wie sie das zu verwerten hatten. Und dann war es ein ums andere Mal durchaus gefährlich vor dem Kasten von Kevin Trapp. Und zum Glück hat es da nicht geklingelt. Aber es war schon so, dass ich gedacht habe, okay, Unioner, die wissen schon, wie man die Eintracht bespielen kann. In der Zeit wurde es dann alles ein bisschen ruhiger. Aber am Anfang habe ich gedacht, oh, aufpassen, sonst lehnen wir ganz schnell hin. Ja, und weil du es gerade eben angesprochen hast, ich erinnere mich noch gut an die eine Situation, wo Renault diesen langen Abschlagsball auf Vertessen spielt. Und man muss auch sagen, dass Renault den Ball dann da hatte, war, weil wir vorher eine Ecke hatten und er quasi den Ball runtergefischt hat. Also wir haben quasi diese Kontersituation eingeleitet aus einer eigenen Standardsituation, was mich zumindest am heimischen Fernseher reichlich erbost hat. Dennis, wie ging es dir denn in der Situation? Ah ja, ihr habt das schon sehr gut angesprochen. Ein bisschen die Schlafmützigkeit wieder der Eintracht, die wir schon öfter mal bemängelt haben. Ich glaube, irgendwas im Nachbericht gehört zu haben, dass das elf Sekunden ab Ballverlust, Ball abgeschlagen vorne bis Abschluss bei kurz vor Trapp. Auch Robin Koch war es, glaube ich, der in der Situation so ein bisschen unglücklich aussieht, weil er eben diesen Abschlag ein bisschen unterschätzt hat. Ja, das sind natürlich alle Situationen, wo du merkst, diese Pfiffigkeit im Kopf ein bisschen langsam, das hat alles nicht so ganz zusammengepasst. Insbesondere, ihr habt es gesagt, in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er zum Glück dann doch nochmal auch gezeigt, dass es anders geht. Aber ihr habt recht, wenn Union ein bisschen kaltschnäuziger ist, steht es da halt rucki zucki 1-0 und dann tust du dir gegen diese Mannschaft noch schwerer, die ja da hinten Beton teilweise angemischt hatten. Plus, und das ist genau der Punkt, nicht nur hinten sozusagen alles zerstört, sondern eben auch diese Nadelstiche gesetzt haben. Und ja, da bin ich voll bei euch. Das war aber, und da bin ich wirklich überzeugt von, hauptsächlich mit, der Kopf war einfach ein bisschen zu langsam. Wir haben diesmal ein bisschen zu lange gebraucht, die Situation einzuschätzen. Und dann war Union einfach besser, schneller und kam zu sehr, sehr gefährlichen Situationen. Was aber jetzt auch nicht komplett unerwartbar war, weil auch das war etwas, was sie in den letzten Spielen schon gezeigt haben, dass sie diese langen Bälle gerne mal spielen. Erst recht dann, wenn der Gegner vielleicht auch wie wir mit einer Dreierkette spielt und sie entsprechende Räume zwischen den einzelnen Spielern haben. Also auch das kannte man an dieser Stelle schon. Von daher hat es mich halt echt gewundert, dass wir uns da so oft haben irgendwie austricksen lassen. Weil wie Mami ja richtig gesagt hat, diese Situation hatten wir ja zumindest in den ersten 30 Minuten, würde ich mal grob schätzen, schon das eine oder andere Mal. Danach wurde es dann langsam auch auf der Eintracht-Seite irgendwie besser, dass man da mehr ins Spiel gekommen ist, so rum wollte ich sagen. Aber das, was du gerade eben angesprochen hast, Dennis, oder auch du Marvin, dass sie da nicht kaltschnäuzig genug waren, Union, auch das ist ein ähnliches Verhalten wie bei uns auch in den letzten Spielen schon, zumindestens was ich so in Vorberichten gelesen, gesehen habe, dass Union glücklicherweise für uns, muss man an dem Tag sagen, auch viel Aufwand betreibt, um sich in Torchancen zu bringen, aber leider auch relativ wenig Ertrag erntet, ähnlich wie es uns ja auch im Verlauf des Spiels dann irgendwie ging. Genau, und gerade dieser, ja, wie soll ich sagen, der Aufwand, der geleistet wurde von der Eintracht dann aber auch, der hat ja auch nicht zum Erfolg geführt. Also klar war dann schon so, dass Union besser reingekommen ist, aber bis zur Pause hast du dann auch schon gemerkt, okay, ja, der Eintracht bemüht sich, gab auch die eine oder andere Chance. Ich überlegte ja diesen Freistoß, den Mahmoud stritt, ich glaube, man musste roundabout 30. mit Spielminuten, wo du denkst, ah, hätte auch besser laufen können. Und ein Kunku hat, glaube ich, nochmal draufgehauen, auch Knauf. Das ist ja so spannend, ich hatte ja am Montag bei Fußball 2000 Knauf in Schutz genommen, weil ich den im Spiel viel besser gesehen habe als die allermeisten Kollegen, Kolleginnen. Und das ist auch schon spannend, weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch einen getrübten Blick, für mich war der wirklich viel besser und war sehr aktiv. Aber es hat auch alles zu nichts geführt, muss ich sagen. Und dann bist du in die Halbzeit gegangen und hast gesagt, ja, ach, das war jetzt schon ein relativ dröges 0-0. Und ja, Dennis, irgendwie nach der Pause, wieder der Moment, wieder die Situation, oh, das könnte auch wieder gleich in die schwierige Situation gehen, Vertessen, erneute Möglichkeit direkt nach der Pause. Aber danach war die Eintracht dann doch eigentlich ziemlich im Zug oder am Zug. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, am Anfang wirkte auch Mammusche ein bisschen wie ein Fremdkörper auf der Position. Ja, richtiger Punkt, ja. Es war ja auch nicht die klassische Spitze, sondern der hat tatsächlich Tiquet als einzige wirkliche Spitze eingesetzt. Hat nicht so ganz funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten kam sie dann ein bisschen besser zurecht. Die Chancen waren ja wirklich auch da, ihr habt es ja schon gesagt. Auch Ibimbe mit der wirklich guten Chance, die dann noch geklärt wurde. Auch Mammusche, auch als er eingewechselt wurde. Shaibi nochmal mit einer wirklich sehr, sehr schönen Situation. Aber halt alles leider nicht wirklich dann so am Ende so zwingend, dass es wirklich zum Torerfolg geführt hat. Das ist halt schade. Aber ich muss wirklich sagen, die Mannschaft hat gebraucht und insbesondere auch Mammusche hat gebraucht, um diese Position anzunehmen. Vielleicht wurde auch nochmal was umgestellt. Das weiß ich jetzt, kann ich so aus dem Kopf jetzt gar nicht mehr so richtig im Rückblick mich daran erinnern, ob er nochmal auch taktisch anders ausgerichtet war. Aber er hat mir definitiv deutlich besser gefallen. Und zum Thema Knauf noch ganz kurz. Hat mir auch jetzt nicht so schlecht gefallen, wie er im Endeffekt dann weggekommen ist. Ich habe das bei vielen Dingen gesehen. Auch der Kicker hat ihn, glaube ich, relativ schlecht bewertet gehabt. Fand ich auch eher einer der Aktivposten. Ja, aber gut. Genau. Also Mammusche war für mich insbesondere in der zweiten Halbzeit definitiv viel besser im Spiel drin und hat da auch richtig für mich noch den meisten Wirbel gemacht. Auch nochmal kurz zu Knauf. Ich fand ihn auch sehr aktiv. Er hat halt sehr darunter gelitten, dass er dann halt am Ende keine Anspielsituationen oder Anspielpositionen hatte. Aber er war definitiv schon einer der Aktivposten. Hat dann halt auch ähnlich wie andere aus diesen mangelnden Anspielpositionen dann halt auch gerne mal eigen oder andere Entscheidungen getroffen und versucht selbst abzuschließen, was halt irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Da war er aber nicht der Einzige. Da gab es den einen oder anderen, der dann auch notgedrungen mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und was du gerade eben angesprochen hattest, Dennis Mammusch, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er sich da am Anfang, fand ich, so schwer getan hat, in diese Position oder in das Spiel auf dieser Position reinzukommen, weil das ja eigentlich so als rechter Offensiv-Flügel-Mensch schon eher auch so die Position ist, die er auch in der Vergangenheit gespielt hat. Er ist ja eigentlich nicht der klassische Zielspieler-Stürmer vorne drin, aber er hat sich da richtig schwer getan. Und ja, es ging in der zweiten Halbzeit besser. Ich fand aber so richtig zufrieden und aktiv wurde er erst in der 70. als dann EGTG rausgegangen ist und er dann halt in diese Position da vorne wieder reingerückt ist. Da fand ich ihn deutlich aktiver als in der Zeit davor. Ja, bin ich bei euch. Es ist tatsächlich deutlich zu sehen, dass Mammusch mit der Positionsumstellung ein bisschen zu kämpfen hatte. Das ist etwas, da muss man ganz genau überlegen, ob man das so weiterhaben will, weil man berauscht, ich wollte berauscht sagen, ich habe eben berauscht gelesen, das stimmt nicht. Ja, ich sage mal, ich versuche es mal anders zu formulieren, es wird weniger berauschend mit einem Mammusch so weit hinten. Denn ja, du beraubst ihn seiner Geschwindigkeit und großartig auch seiner Torgefahr. Und Torgefahr ist ja genau das, was ihn ja in der letzten Zeit bei uns ausgezahlt hat. Also ich hoffe, dass man da nochmal überlegt, ob das das Konzept ist oder ob es vielleicht nicht sogar auf Doppelspitze hinauslaufen könnte oder ob vielleicht ein EGTG vielleicht ein bisschen zurück. Ich kann mir auch das Konzept der hängenden Spitze vorstellen. Mammusch würde ich tatsächlich jetzt nicht nochmal umstellen, weil irgendwie fehlt mir da was. Und er ist ja tatsächlich der torgefährlichste Eintracht-Spieler. Trotz der Tatsache muss man ja auch doch sagen, die Eintracht hatte ja die Chancen. Und es war auch ein wenig so, dass dieser Ball an diesem Abend erneut nicht ins Gegentor rein wollte. Aber das ist schon scheiße ärgerlich. Also meine Güte, man überlegt mal, Dina Ibim mit der Schuss 66. Minute, Renaud ist da stark dabei. Und dann hast du noch Döcki, der das Ding vor der Linie kratzt. Ja, meine Güte, das hätte halt auch gut und gern wirklich mal drin sein können. Das war sowieso wieder eine Druckphase. Immerhin haben wir mal wieder diese Druckphasen. Haben wir mal die 57. Minute, die 59. Minute. Auch Tutor, der glaube ich mit, der am Endeffekt auch da war, wo du sagst, okay, warum ist der Tutor da vorne und könnte das Ding einschweißen und dann auf Knaufen nochmal. Also das sind halt so Dinge, da war es wenigstens da. Also die Eintracht hat ja endlich diese Chancen sich erarbeitet, weil in der ersten Halbzeit haben wir viele so Halbchancen, Dreiviertelchancen, haben wir nichts Konkretes gesehen. Diesmal war es da und trotzdem fällt das Tor nicht. Und trotzdem will der Funke nicht überspringen. Und trotzdem verharren wir in einer Saison, in der wir uns alle ganz merkwürdig fühlen, weil wir gar nicht genau wissen, ist es jetzt hier die Vorbereitung oder sind wir schon mitten in der Spielzeit? Ja, ich kann so komplett nachvollziehen, was du da sagst. Ich muss schon sagen, es war eines der Spiele, was mich emotional mehr mitgenommen hat als manch andere vielleicht in der Vergangenheit. Einfach, weil es diese Situationen gab, wo du schon einfach gemerkt hast, dass diese Druckphasen da waren, wie du es beschrieben hast, dass du diese Chancen hattest, dass du auch zum Abschluss gekommen bist, aber dass halt blöderweise immer irgendwie ein Bein oder ein Kopf oder ein Po oder was auch immer von Union dazwischen war, die halt wirklich sich mit Mann und Maus in jeden kleinsten Schuss irgendwie reingeworfen haben. Also das hat mich schon so ein bisschen emotional mitgenommen hat, was mich emotional noch ein bisschen mehr mitgenommen hat und aufgeregt hat, waren dann immer zwischendrin auch diese Versuche, diese halbhohen Chipbälle in den Strafraum rein. Und ich mir denke so, liebe Leute, ihr wisst doch, dass da hinten irgendwie zwei Kanten in der Unionabwehr drinstehen. Hör doch auf mit diesem Chipballgedöns, weil da köpfen die doch alles da hinten raus. Ich glaube, Union hat, wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, in beiden Strafräumen sämtliche Kopfballduelle gewonnen. Dann lasst es doch einfach. Also mich hat das Spiel da wütend gemacht und mich macht es jetzt immer noch wütend. Aber ja, es war jetzt der 27. Spieltag und wir reden immer noch drüber, wann die Eintracht richtig in diese Saison ankommt. Und meine These ist, in dieser Saison halt einfach gar nicht mehr. Ja, obwohl man bei dem Kopfball- und Chipbällen zugutehalten muss, Ciaibi auf Koch, glaube ich, das Ding hätte auch dazu führen können, dass da nochmal auch bei uns noch eine Eins am Ende auf der Torskala nach oben schießt. Das wäre natürlich eine schöne Sache gewesen. Aber ich bin schon bei dir. Es war viel, viel halb, ja, so Halbgares. Es war wieder nicht komplett fertig. Auch das Mittelfeld hat mir diesmal wieder nicht gefallen. Skiri auch wieder nicht so richtig im Spiel. Auch teilweise Bälle, ich weiß gar nicht, irgendwas, ein Rückpass, der dann fast noch zum Tor geführt hätte. Das war die Chance, die Marvin vorhin angesprochen hat, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, genau, genau, genau. Also da merkst du einfach, das ist, die brauchen alle, ja, jetzt hat wieder der ein oder andere sein Formtief. Schade, dass Larsson auch schon wieder verletzungsbedingt da ausgefallen ist. Auch hoffentlich ja jetzt anscheinend wieder Mannschaftstraining ist. Denn so Alternativen, du merkst einfach, der ein oder andere braucht vielleicht dann doch nochmal einen anderen Nebenmann. Auch ein Götze hat mir jetzt super gut gefallen. Unauffällig, was immer auch dann für seinen Anspruch eigentlich zu wenig ist. Auch gerade in so einem Spiel wie Union, wo du mal einen Schlüsselpass brauchst, um mal irgendwie, ja, sozusagen einen Schnittstellenpass, der eben nicht sofort zu überschauen ist. Und hier waren viele Bälle dabei. Da konntest du schon das Morgen in der Zeitung lesen, dass der Ball da hinkommt. Also das ist leider, leider viel statisch, viel Überschaubares und dadurch auch einfach zu verteidigen. Und da müssen wir ganz deutlich sagen, René, da bin ich voll bei dir. Wer dann nach dem zehnten Ball halb hoch in die Abwehr, wo man weiß, dass, du hast es richtig schön gesagt, zwei Kanten da sind, die das auch weg, ja, sozusagen ordnen und gar nicht sich anstrengen müssen, dann muss ich auch überlegen, ist das dann der richtige Weg? Aber gut, es ist leider jetzt wieder ein Gegner gewesen, wo du definitiv Möglichkeiten genug hattest. Das ist wichtig, dass du dir die auch erspielt hast. Schade, dass am Ende wieder nur ein Punkt geworden ist. Es ist halt komplett krass, weil ich erkenne auch total unterschiedliche Ansprüche. Und es ist auch sehr, sehr schwer, wenn wir jetzt mal nur, wir gucken auf dieses Spiel, und ich glaube, wir haben eigentlich inhaltlich schon relativ viel abgehandelt, weil die Frage, wie das zustande kommt, hat sich jetzt nicht großartig geändert. Denn es ist tatsächlich ein, es bleibt ja viel von dieser Saison, und zwar, dass nicht so richtig flowt. Und es ist für mich absolut, ja, wie soll ich sagen, irritierend. Und es bleibt für mich irritierend. Wir sind ja trotzdem auf der Sechs, und am Ende kann es ja auch sein, dass wir die Sechs halten und sagen, da müssen wir zufrieden sein, sind wir dann auch, alles gut und schön. Aber es ist dann schon krass zu sehen, auf der einen Seite, wie unterschiedlich Leute auch Ansprüche haben, denn ich merke, dass ich mit dem Spiel aktuell nicht hundertprozentig zufrieden bin, sondern wirklich meine Schwierigkeiten habe. Es wird dann immer wieder gesagt, ja, kannst du ja selbst irgendwie anzünden, muss doch die Mannschaft nicht dafür da sein. Ja, kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Aber auf der anderen Seite auch sehr viele sehr unzufrieden sind. Und also du hast das Spiel, ja, du hast eine ganz, also es geht ganz weit auseinander, und dann musst du aber auf die Zahlen gucken, und die Zahlen sind einfach krass. Wir sind absolut letzter in der Tabelle, wenn es um Torabschlüsse geht. Wir sind so viel schwächer, wenn es darum geht, den Ball gefährlich nach vorne zu bringen, als wir das noch vor zwei, drei Jahren waren. Im Gegenpressing habe ich tatsächlich heute mal einen kurzen Podcast von den Kollegen von Kicker meets the Zone mal reingehört. Da ging es im Endeffekt darum, dass ich, wenn ich das richtig gehört habe, sind wir früher im Gegenpressing richtig, richtig gut gewesen. Und das hat man ja teilweise auch gesehen. Und auch das ist jetzt viel schlechter geworden. Es sind so viele Sachen, wo ich sage, okay, das kannst du ja auch dann nicht mehr wegdiskutieren. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, in Sachen Torschüssen sind wir heillos 18. So, wenn du da guckst, die Bayern haben in dieser Saison irgendwie 532 Torschüsse gesammelt und wir 292. Das heißt, wir stehen mit den de facto Toren tatsächlich noch ganz gut da, aber wir erarbeiten uns unfassbar wenige konkrete Torschancen. Und das ist natürlich etwas, darüber stolpert Dino offenbar aktuell noch nicht, weil wir die Punkteausbeute noch haben. Aber es sorgt schon dafür, dass das Spiel natürlich auch in Sachen Attraktivität krass nach unten geht. Und das merkt man schon. Und irgendwann geht es vielleicht gar nicht weiter. Was du gerade gesagt hast mit dem von wegen, man kann sich auch selbst motivieren. Ja, kann man. Aber das ist halt irgendwie in so einer Ernährungsumstellung, wo ich irgendwie den 27. Tag in Folge halt irgendwie trockene Reiskräcker fresse. Ja, natürlich kann ich mich auch selbst motivieren, aber irgendwann habe ich auch einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Interessanter Vergleich, ja. Und es ist ja auch ehrlich gesagt so, ja, ich weiß, es wird auch jetzt unter diesem Podcast mit Sicherheit die Kommentare kommen, aber man muss auch mal überlegen, also die Motivation, die Selbst- und Eigenmotivation, die haben wir immer wieder aufgebracht. Also auch diesen Podcast haben wir einen langen Jahr in der zweiten Liga gemacht. Das ist nicht das Thema. Und ehrlich gesagt brauchst du uns allen und den allermeisten Eintracht-Fans nur Brotgruben geben. Und dann bist du schon wieder dabei, wenn du die Intensität, den Einsatzwillen siehst, wenn du so einen Spirit siehst, dass der komplett dafür gekämpft wird. Ja, es ist ein anderer Ball, aber an einen anderen Ball müssen sich vielleicht auch erst Fans auch gewöhnen. Vielleicht gehören wir auch dazu. Es ist vollkommen in Ordnung, aber es ist halt gerade ein sehr steriles Spiel, was uns nicht anzündet. Es ist halt einfach so. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir eine absolute Welle des Erfolgs hatten. und dann natürlich die Emotionalität nicht immer gleich sein kann. Es sind so viele Faktoren, aber es ist am Ende auch die Tatsache, und darauf können wir es und müssen wir es runterbrechen, dass die Eintracht sehr wenig konkrete Chancen erarbeitet und viele dann da auch nicht reinmacht. Und dass du es auch nicht schaffst, als Mannschaft über drei Spiele konsequent geilen Fußball zu spielen. Und man kann das ja alles auch irgendwie logisch herleiten. Und das haben wir ja auch hier in der Runde schon mehrfach getan, dass wir gesagt haben, wir haben einfach viele Veränderungen im Kader gehabt. Es sind viele junge Spieler dabei, viele Spieler mit Perspektive, teilweise auch Spieler, die erst in der Winterpause gekommen sind, wie in der GTK und in Van de Beek, wo du auch sagen kannst, okay, die haben wir auch nur bekommen, weil die in Form Rückstand haben und so weiter. Das sind alles Erklärungen, und die kann ich auch alle irgendwie nachvollziehen und kann das auch alles irgendwie in der Bewertung mit reinnehmen. Und sicherlich kannst du gegen Union, die wirklich auch einfach jetzt sich wieder stabilisiert haben und die auch ein super Talent dafür haben, einfach ein krasses, zerstörerisches Spiel da auf den Platz zu zimmern und irgendwie alles einfach auf ihr Neveo runterzuziehen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Und da kann ich auch so 0 zu 0 akzeptieren. Aber die Frage ist ja immer, wie ist dieses 0 zu 0 zustande gekommen? Und merke ich da einfach diese 90 Minuten, jeder wirft sich, wie Union es getan hat, in jeden Ball irgendwie rein und man fightet irgendwie zusammen und am Ende hat es halt nicht gereicht, weil halt immer irgendwie einer blöden Fuß dazwischen hatte. Oder gibt es halt einfach diese 45 Minuten, wo man sich komplett die Butter vom Brot nehmen lässt und Konterschancen einleitet aus eigenen Eckball-Situationen heraus. Das ist halt schon irgendwie auch noch ein Unterschied. Ja, es ist schwierig. Und wie ist es denn bei dir denn das? Ich will aber nicht mal konkret fragen, weil im Endeffekt, ich meine, wir reden auch immer darüber und ich meine, es ist auch natürlich so, dass Lebensumstände sich verändern. Und es ist aber auch jetzt bei dir so oder bei deiner Gang jetzt auch so, man ist nicht mehr ganz so oft im Stadion und auch ist es auch nicht mehr ganz so zwingend, wie es halt noch in ein paar anderen Spielen oder vor ein, zwei Jahren der Fall war, oder? Ja, das ist tatsächlich natürlich, wie du sagst, glaube ich werbe genauso, wenn jetzt die Hütte brennen würde, weil es einfach familiär ja auch oft dann nicht funktioniert, sondern das würde ich jetzt nicht mal auf die Lust auf Fußball oder auf die Eintracht oder auf das Spiel vor Ort zurückführen. Was mich aber tatsächlich hier stört oder was mich, was ich bei der Eintracht momentan sehe, was mich einfach frustriert auch innerlich ist, dass wir unglaublich, ja, teilweise so, wir brauchen, wir müssen so unglaublich viel Aufwand gefühlt investieren, um ein ganz kleines bisschen mal eine Torchance, die mal dann so zwingend ist, dass wir sagen, okay, und dann kommt auch mal ein Tor bei raus, das auf der einen Seite zu sehen, auf der anderen Seite dann, René, da bin ich voll bei dir, wir sind es einfach gewohnt, ein alter Stil, andere Trainer, die dann einfach sehr früh haben anlaufen lassen, die Lunge wird sich rausgerannt, der Stürmer ist der erste Verteidiger und so weiter, sehen wir halt, alles ist ein anderer Stil, ja. Was hier aber noch nicht funktioniert ist, dass wir einfach auch sehr, sehr gute Torchancen mit wenig Aufwand sehen. Ich sehe immer nur eine Torchance, dafür müssen wir unglaublich viel machen, dann wird nichts draus, ach, dann müssen wir die nächste abholen. Ist ja auch schon bezeichnend, dass wir aus Standards immer noch überhaupt nichts machen. Die einfachste Art, einen Torschuss und ein gefährliches Tor oder eine gefährliche Chance zu generieren, ein Standard, ein Freistoß, ein Eckball, ja, der von Mamouche, wenn der sich den Ball hinlegt und er rutscht nicht weg und so weiter, kommt bestimmt auch nicht ungefährlich, ja, gehört dann auch in die Statistik, ob es ein Tor wird, keine Ahnung, aber es sind ja hunderte von Ecken wieder gewesen dieses Jahr, wo du nichts oder ihr sagtest, wo es dann noch gefährlich wird, dass du hinten wieder ein Tor, das ist einfach frustrierend. Und das ist auch nicht die erste Saison, dass wir das haben, das ist noch länger, aber das würde dazu sofort dienen, dass man sagt, Mensch, hier generierst du dir, du tust dir sonst im Spiel so schwer, komm, versuchst du da mal wieder ein bisschen was zu machen. Aber ich sehe keine Entwicklung, das frustriert mich schon. Das ist auch was, was mich nervt und da kann ich einfach auch nicht sagen, naja, war jetzt schon immer so und ach, jetzt, was will ich denn? Sondern da würde ich gerne auch mal Entwicklungen sehen, dass da mal was funktioniert. Du hast theoretisch gefährliche Spieler mit Shaibi, der gute Flanken schießen kann und so weiter und so fort. Aber so richtig, es wirkt immer alles total aufwendig, schwierig und anstrengend. Und so ist es auch beim Fußball gucken. Marvin, da bin ich schon bei dir im Stadion, ist das dann schon manchmal, dass man denkt, ach du Scheiße, das ist ja hier wieder ein zäher Kick und nicht irgendwie, da wird nicht, die Emotion musst du von dir aus mitbringen. Das stimmt tatsächlich, weil die Mannschaft feuert dich, die nimmt dich nicht so mit. Auch wenn Mamusch dann zur Seite kommt und hier den Wedler spielt und macht, hier kommt, feuert nochmal an, klar, ist schön, aber das muss eigentlich aus der Emotion der Spieler, wenn die natürlich jedem Ball nachgehen, wenn die schon der ersten anlaufen, sobald der Ball auch nur wieder zurück im Spiel ist, das stündet mich auch persönlich mehr an, aber das ist vielleicht auch was, weil ich es einfach lieber sehe. Das ist einfach vielleicht mein Typus. Ich bin eben nicht der, der unbedingt den taktischen Hokus-Pokus-Fußball sehen will, sondern eher so diesen, ich sage mal, alteingesessenen, ich laufe mir die Lunge raus. Aber das fehlt mir tatsächlich, um da mal so meine Einschätzung zu mir, wie ich es momentan sehe. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich ein Stadion oder nicht ein Stadion oder mir die Spiele anschaue. Das mache ich auch so, auch wenn es manchmal eine Qual ist. Wenn es irgendwie geht, dann schon. René, bei dir? Ja, also, klar hat sich die Art und Weise, wie man auf Fußball guckt, verändert. Das definitiv. Und ja, ich kann auch durchaus verstehen, dass man dieses, dieses hohe Pressing, dieser hohe Pressing-Fußball, den wir in den vergangenen Jahren gespielt haben, vielleicht in Zukunft nicht mehr so, weil es vielleicht auch nicht mehr die Spieler dafür gibt. Wenn du dir anguckst, wie halt einfach junge, jüngere Fußballspieler unterwegs sind, die sind alle vielleicht auch mit einem, mit einer anderen Fußballschule aufgewachsen. und dass du diese Umstellung zu mehr ballbesitzlastigeren Fußball gehen musst, wenn du dich da oben festsetzen willst, kann ich verstehen. Und dass das auch eine schwierige Transformation ist, kann ich auch verstehen. Nichtsdestotrotz sind wir halt nach wie vor immer noch in einem Ergebnissport gefangen. Und du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, okay, wir scheißen jetzt einfach mal ein komplettes Jahr auf alle Ergebnisse und wir ziehen unsere Transformationen hin zum Ballbesitzfußball durch. Du musst halt trotzdem nach wie vor diese Punkte holen. Und wenn du halt einfach merkst, okay, das ist jetzt ein Gegner, wo wir mit unserem Ballbesitzfußball und unserem taktischen Ansatz nicht hinkommen, sondern wir müssen hier einfach rennen, beißen, fighten, krätschen, dann musst du es halt auch irgendwie schaffen, auch das irgendwie zumindest teilweise irgendwie hinzukriegen. Und da sind ja durchaus Spieler und Charaktere auf dem Feld, die das halt auch nach wie vor irgendwie können. Aber die kommen dann auch irgendwie anscheinend gegen den Rest träge Masse an der Stelle nicht durch. Ja, ich glaube, so ist es. Also genau so muss man sagen. Und ich glaube, wir haben jetzt viele Punkte akzeptiert, bei denen es momentan hakt. Und ich glaube, da sind auch unterschiedliche Gefühle dabei. Aber wie gesagt, wir können das auch, die Gefühle, die wir haben, trotz der Tatsache, dass man dafür kritisiert wird, dass man nicht mit allem Ja und Abend sagt, nicht mit allem mega zufrieden ist. Das zeigt auch die Statistik. Und das ist auch in Ordnung. Und trotzdem sind wir am Ende alle auch froh, wenn der sechste Platte für die Eintracht wichtig ist, weil er für die Eintracht attraktiv ist, weil er der Eintracht Möglichkeiten gibt, im nächsten Jahr wieder neu anzugreifen. Du könntest Spieler halten. Und im Endeffekt ist es halt auch so, dass ich sage, okay, dann machen wir das jetzt so durch. Es bringt ja jetzt auch nichts. Und ich hoffe, dass Dino Tappmann dann die Möglichkeit hat, mit genau der gleichen Elf im nächsten Sommer, beziehungsweise in dem jetzt kommenden Sommer, dann weiter zu spielen. Weil ich nicht davon ausgehe, dass ich mittlerweile nicht mehr davon ausgehe, muss ich dazu sagen, dass sich so viel verändert wird. Also bis auf zwei, drei Positionen, du wirst vielleicht einen Pacho haben, vielleicht verlierst du noch einen Lars. Und das muss man sehen. Eketike war ja schon zuletzt eher so, dass man ihn halten will. Also du musst gar nicht wirklich viele verlieren. Das heißt, der Stamm bleibt bestehen. Und der Stamm muss dann aber auch im nächsten Jahr dann wirklich auch funktionieren. Dann muss auch einen attraktiveren Fußball, ja, wie soll ich sagen, ja, auf den Platz bringen. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass sich ja auch, ehrlich gesagt, wenn wir uns die Fans angucken, die Fanstruktur innerhalb eines Stadions ja durchaus wenig verändert hat. Also wir sehen sehr, die Stadien sind immer noch voll, das Eintrachtstadion ist immer noch voll. Aber es ist natürlich schon so, dass viele Fans von früher vielleicht aktuell nicht mehr da sind, vielleicht eine kleine Pause machen. Du siehst aber trotzdem, dass sehr viele neue Fans dazugekommen sind. Aber die neuen Fans haben oft natürlich auch noch mal, das darf man auch nicht vernachlässigen, ein bisschen einen anderen Anspruch, weil die zu Zeiten Eintracht-Fans geworden sind und Eintracht-Fans, ja, wie soll ich sagen, ja, zu regelmäßigen Eintracht-Schauern geworden sind, in Zeiten, in denen die Eintracht einen guten und sehr erfolgreichen Fußball gespielt hat. Richtig. Das heißt, ihr wisst alle, wie es ist, vor zehn Jahren, vor fünf Jahren auch noch, Relegationszeit, Relegationszeit war schon sehr ärgerlich, aber es war trotzdem eine Zeit, in der man das Feuer hat lodern sehen und trotzdem dann gesagt hat, okay, jetzt geht's ab. Und natürlich kann man auch Sachverhalte unterschiedlich bewerten. Erinnert euch, als die Eintracht nicht die nötigen Punkte gegen Bremen damals geholt hat, als es um den Abstieg ging, hätten wir die nötigen Punkte geholt, hätten wir nicht in die Relegationen mussten. Aber da haben wir dann auch gesagt, naja gut, scheißegal, jetzt müssen wir es halt gegen Nürnberg, wir müssen es gegen Nürnberg herhalten. Und dann diese Situation mit Marco Russ, wenn ich mich recht erinnere, hat er doch ein Eigentor dann noch geschossen. Und das war ja alles um diese Krebsdiagnose in dieser Zeit. Du denkst, meine Güte, was für eine Geschichte. Und trotzdem war es dann am Endeffekt so, dass wir in Nürnberg dann das wichtige Ergebnis erzielt haben, dass wir in Nürnberg am Start waren, Seferovic am Start war. Ja, und dann ist es dann auch egal gewesen. Mund abputzen und dann ging es weiter, weil die Mentalität gestimmt hat. Und ich glaube, es ist nicht so schwer, Eintracht-Fans auch zu begeistern, auch eine neue Garde, aber da muss halt trotzdem mehr umspringen. Und ich glaube, darauf warten wir ja alle noch. Ja, bei aller Kritik, die wir hier auch immer wieder äußern, gehen wir trotzdem dann auch immer wieder ins Stadion. Oder wenn es halt nicht im Stadion geht, dann feuern wir aus der Ferne die Mannschaft an. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir jetzt einfach deprimiert, weinend und irgendwie trotzig zu Hause rumsitzen, sondern die Mannschaft wird ja weiterhin angefeuert. Das Schlimme ist ja, man würde ja gerne helfen. Das ist ja das, wenn man wüsste, wo ist der Hebel, wen kann ich hier den entsprechenden Schlüssel geben. Das ist das, was mich am meisten frustriert. Das ist ja auch, wir unterhalten uns seit Jahren über verschiedene Themen, die immer wieder auftauchen, wie diese fürchterliche Standardschwäche. Ah, da werde ich ja wahnsinnig. Das ist wirklich was. Und es ist auch jeder Trainer, jeder mit Co-Drädern und was weiß ich. Das ist einfach so eine Situation, sobald das einer auch nur anspricht. Letztens war wieder irgendwo ein Bericht darüber, wie schlimm und wie grauenvoll das wirklich ist und dass wir da auch Liga weit auch das absolute Schlusslicht sind bei dieser Standardsituation, wo du einfach nur sagst, Mann, 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 das ist so, das hättest du vor zehn Jahren schon den Artikel bringen können und das wäre immer noch aktuell. Also grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Aber gut. Dieses Thema diskutieren wir wirklich schon seit, seitdem wir diesen Podcast angefangen haben, reden wir über dieses Thema mit den Ecken. Das wird auch nichts mehr werden, glaube ich. Könntest du den Jahrhundert Best-of machen. Aber ich finde es trotzdem super, dass du das nochmal angesprochen hast. Denn es ist ja auch so, das sind ja alles gute Jungs. Niemand hat ein Problem mit denen. Ganz im Gegenteil. Überhaupt gar nicht. Wir sind alle, wir finden die sympathisch und wir wünschen ihnen das Beste, aber es fehlt halt. Es fehlt halt gerade einfach irgendwas. Aber ich glaube, wir haben das jetzt akzentuiert und haben klargemacht, was alles so für uns fehlt. Und das ist auch wichtig, dass wir nochmal die Standards ansprechen. Es ist ein komplettes Desaster. Jeder, der hier zu Eintracht kommt, auch wenn er der beste Freistoßschütze ist, gibt sein Können an der Haustür ab. Das ist schon irritierend. Einstellungskriterium. Einstellungskriterium. Können sie Ecken schießen wie Benni Köhler. Was müssen wir denn jetzt tun, Marvin, dass wir am Freitag 20.30, wenn das zweite Heimspiel in dieser letzten Phase oder zum Beginn dieser letzten Phase gegen den SV Werder Bremen in Frankfurt stattfindet, was müssen wir denn tun, um da jetzt mal siegreich zu werden? Also gewinnen, das ist natürlich eines Toreschießen, das andere. Das war aber eine blöde Frage von mir. Nee, ist alles gut. Ich finde, ganz ehrlich, wir müssen genauso weiterspielen. Also, was willst du machen? Das ist ja, also defensiv ist es ja super gewesen, ist es stabil. Ich meine, die Spiele, die du zuletzt verloren hast, konntest du zum Teil auch verlieren. Ich finde, einfach weitermachen. Und auch mit genau der gleichen Aufstellung. Ich würde es immer weiter durchbrutalisieren. Ein Kunku, der von vielen so schlecht gesehen wurde. Irgendwie habe ich auch, mich trübt manchmal der Blick. Ich fand den gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit. Ich fand es total schade, dass er dann gegangen ist. gehen musste wegen Gelb-Rot-Gefährdung. Ich habe Max viel schwächer gesehen. Gut, da werden die Gelehrten jetzt auch hier darunter kommentieren und mir sagen, was da so war. Wie gesagt, auch mit Knauf. Ich würde immer so weitermachen. Ich würde natürlich maximal irgendwie nur sagen, okay, Kötze als, naja, vielleicht als Achter oder Zehner und Mamouche, ja, aber so eher als Zehner und Mamouche, so Doppelspitze, da hätte ich mal Bock drauf. Und ansonsten immer weiter machen. Es ist ja so, dass Bremen trotzdem besiegbar ist, auch wenn die auch unangenehm sind, aber scheiß ich drauf, die kannst du schlagen und die musst du schlagen und das muss das Ziel sein. Immer so weiter. Ich würde die komplette Saison jetzt mit diesem Kader oder mit dieser Elf auch gehen, weil das so die Number One, der Number One Kader ist. Warum nicht? Mach das doch. Probier es. Hol im Zweifel mal Shaibi rein, wechsel da nochmal ein bisschen. Aber ansonsten würde ich gar nicht mehr viel machen. Komplett durchbrutalisieren, bis du 34. spielst. Ja, spätestens dann, wenn man jetzt wirklich sagt, Larsson ist jetzt wieder fit, dass er spielen kann, dann musst du ihn halt gegen irgendeinen austauschen. Also andersrum, du musst irgendeinen gegen Larsson austauschen, sonst kriegst du den nicht wieder irgendwie rein. Und gerade wenn du sagst, Götze soll halt ein bisschen weiter vorne spielen, was ich auch hätte haben wollen, was man ja auch im Spiel gegen Union gesehen hat, in den Momenten, wo er sich dann mal in diese Offensivaktionen eingeschaltet hat. Da gab es ja auch die Situation, das war glaube ich auch relativ früh in der ersten Hälfte noch, wo er so einen Ball so knapp vors Tor spielt, in der Hoffnung, dass Eketike da jetzt irgendwie reinläuft. Und er war halt einfach irgendwie zwei Schritte zu langsam. Aber dann meint er doch auf der Sechs neben Skirich, stellen kannst. Das wäre im Optimalfall Larsson, da muss aber irgendeinen dafür opfern, in Anführungszeichen. Also so ganz durchlaufen lassen kannst du sie dann nicht. Aber ich glaube, für das Bremen-Spiel wird das noch ein bisschen zu früh sein. Ich glaube, selbst wenn Larsson jetzt im Mannschaftstraining ist, würde ich jetzt nicht erwarten, dass er jetzt komplett Risiko schon wieder von Anfang an spielt. Ich habe mich beim Blick auf Bremen auch gefragt, die haben ja jetzt die letzten fünf Spiele irgendwie nicht wirklich Punkte geholt. Die sind ja auch gerade eher in so einer Abwärtsspirale. Die stehen aber auch mit 30 Punkten da so mittendrin. Nach oben hin wird für die realistisch wahrscheinlich nichts mehr gehen, zumindest wenn man sich den Verlauf der letzten Spiele anguckt. Und nach unten hin sind sie jetzt auch zehn Spiele weg. Ja, da müssen sie aufpassen, dass sie nicht da unten reinrutschen. Aber da gibt es ja glücklicherweise andere Mannschaften, die jetzt auch nicht gerade irgendwie mit Torgefahr gerade gesegnet sind. Also geht es für Bremen da jetzt überhaupt noch um irgendwas? Und ist es Vorteil oder Nachteil für die Eintracht, Dennis? Also, du hast schon sehr gut gesagt. Das ist, ich glaube, aber es ist gefährlich für Bremen, auch hier die Saison an der Stelle abzuschenken. Das ist für uns schade, weil obwohl im Endeffekt wir müssen es eh aus der eigenen Motivation gewinnen. Aber ein Bremen, was eh nicht mehr an sich glaubt, ist, glaube ich, noch leichter zu knacken als welche, die eigentlich die Punkte unbedingt holen müssen. Meiner Meinung nach ist die Messe hier noch nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da unten alle noch gegeneinander spielen. Aber das ist so eine trügerische Sicherheit. Hat sicherlich auch keiner von Bremen Lust drauf, da nochmal in eine akute Gefahr zu rutschen. Aber im Großen und Ganzen muss die Eintracht einfach schauen, dass sie auch oben punktet. Denn jetzt hat man Glück, dass Augsburg, glaube ich, auch nur unentschieden gespielt hat am letzten Spieltag. Danke an Köln an der Stelle. Ja, danke an Köln, genau. Nein, da musst du wirklich sagen, es wäre schon gut, diesen Platz hier oben zu halten. Nach oben hin ist auch für uns sicherlich jetzt nicht mehr unbedingt dass wir selbst einfach die Punkte holen, dann ist mir das eigentlich egal, ob Bremen motiviert, Motz Vollgas gibt oder eh schon deprimiert ist, weil nichts mehr geht. Weil am Ende muss die Eintracht performen und ich bin voll bei Marvin, gleiche Mannschaft, dann, wenn die auch ein bisschen jetzt mal ein Erfolgserlebnis haben, dann glaube ich, können auch die letzten Spiele viel, viel angenehmer nochmal für uns werden. Bremen spielt noch nach uns gegen Leverkusen, Stuttgart, Augsburg, Gladbach, Leipzig und am letzten Spieltag zu Hause gegen Bochum. Das ist natürlich, das letzte Spiel könnte noch durchaus interessant werden. Marvin, wie siehst du das denn? Ja, ich bleibe dabei, das Spiel muss gewonnen werden und mir ist es ehrlich gesagt komplett, was Werder Bremen macht, die sind momentan im Niemandsland der Tabelle, die sind nicht so schlecht, also da muss man immer aufpassen, die sind nicht so gut, also dementsprechend brauchen wir jetzt auch keine Angst haben. Ich finde Bremen jetzt natürlich unnötige Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg, ja, für Wolfsburg war das natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich bleibe dabei, abgesehen davon, dass Wolfsburg halt besser wird mit Hasenhüttl, da kannst du davon ausgehen, die haben auf jeden Fall einen richtigen Trainer geholt, da bin ich ein bisschen sauer, weil ich finde Hasenhüttl ist ein super, super guter Trainer. Es ist krass, dass der zu so einem Scheißverein wie Wolfsburg ist, man kann es auch nicht anders sagen. Ach du je, weißt du, Hasenhüttl hätte ich echt Bock gehabt, den mal bei uns zu sehen und dann geht der zu so einem schwachen Hartenverein wie Wolfsburg. Ach du je, ich habe wieder gar keinen Bock, aber es ist so, da haben sie sich auch nicht gut angestellt, er hat einen Jungen, der ist mit, glaube ich, Rot sogar damals runtergeflogen, aus Bremer Sicht, das heißt, der wird dann fehlen, insgesamt keine gute Leistung gehabt, also insofern, du siehst, die sind anfällig, wir müssen auf jeden Fall gewinnen und ich glaube, wir können das auch, ja, Eintracht muss an sich glauben und dann geht es weiter, weil ganz, ganz wichtig ist wirklich dieser Platz 6, der wird essentiell sein, der wird über Wohlen B entscheiden und wir müssen natürlich die Abwehr, ja, die Angriffe von Augsburg abwehren, zum Glück hat Köln dagegen gehalten, aber man weiß nicht, was sonst noch kommt, du weißt nicht, was mit dem SC Freiburg ist, SC Freiburg, der kommt jetzt langsam vielleicht in so einen Streich-Memorial-Lauf, die wollen dem vielleicht nochmal einen richtig geilen Abschluss, bereiten, das ist ein letztes Jahr in Freiburg, ich sage euch mal eins, nehmt doch Platz 7, nehmt ihr Platz 7, ihr Platz 6, Augsburg auf der 8, das wäre doch nicht so schlecht, so, ja, mal gucken, ob sie bei dem Spielchen mitmachen, aber das sind schon noch die harten Konkurrenten, dementsprechend musst du einfach ins Selbst, ins eigene Punkten kommen, auch weil danach wird es ja nur noch schwerer, ne, wenn wir uns angucken, ja, 27 Spieltag, ja, ganz nett, dann gucken wir plötzlich, 28 Spieltags, oh, hm, ah, ja, okay, wie gesagt, hier ging erstmal Bremen und dann, oh, ja, gar nicht mehr so leicht, 29. Spieltag geht es dann gegen Stuttgart, Stuttgart auf der 3, okay, 30. Spieltag, oh, warte mal, hm, also, ja, Augsburg, da musst du ja gewinnen, auch wieder zu Hause, das ist das berühmte 6-Punkte-Spiel, liebe Leute, das ist es definitiv, ja, und dann, 31. Spieltag, oh, die Bayern, ja, die gibt es ja auch noch und dann kannst du nicht hoffen, dass es wieder so ein Gala-Moment wird in der Hinrunde, also, du musst gegen Gegner wie Bremen einfach gewinnen. Wenn du Glück hast, da ist jetzt fast die Frage, was man sich eher wünschen will, ob bis dahin die Meisterschaft schon entschieden ist oder nicht, weiß ich nicht, aber, ist ja jetzt schon entschieden, also ich meine, also zumindest ist es insofern entschieden, dass die Bayern da keine Rolle möchten, dass du einfach weißt, dass es halt nichts mehr, dass nichts mehr irgendwie passiert ist. Nee, dann wämsen die dich weg, das ist auch, alles ist scheißegal, also, aber gegen die Bayern holst du so oder so nix und du wirst auch und, du willst ja gegen Leverkusen danach, das kannst du halt auch abschreiben, weil, selbst wenn die bis dahin die Meisterschaft haben, die Punkte wollen die auf jeden Fall noch irgendwie mitnehmen, dann hast du noch Klappbach. Das kann sein, das Einzige kann sein, dass Leverkusen bis dahin in eine Situation kommt, dass sie DFB-Pokal-Stress haben, dass sie vielleicht in der Europa-League-Stress haben und im Endeffekt eigentlich auch das Klappchen. eigentlich schon durch ist und sie sich denken, komm, da gehen wir es jetzt mal locker an. Aber damit kannst du nicht spielen, du musst gegen Bremen gewinnen, du musst gegen Augsburg gewinnen, wenn du da deine Ausaufgaben gemacht hast, hast du dann wieder das Glück, dass du am 33. Spieltag gegen Gladbach, für die es dann optimalerweise dann ja eigentlich auch um nichts mehr geht, auch im Negativ nicht, ich will nicht, dass die absteigen, dass du gegen die Punkte holen kannst und am 34. Spieltag stehst du halt dann da und sagst, ja, gegen Leipzig und dann ist Leipzig optimalerweise so auf der 5, dass ja nichts mehr passieren kann und wir dann optimalerweise auf der 6, dann ist Fünfter gegen 6 das schönes Spiel und das können wir nochmal zu Hause gewinnen. Das würden wir dann auch gewinnen, da bin ich optimistisch, aber trotzdem, davor musst du die Hausaufgaben machen. Ja, du musst halt wirklich. Nicht jetzt Bremen und vor allen Dingen Augsburg, das sind die beiden Spiele, wo du dir keinerlei Fehler erlauben kannst und mit maximaler Punkte Ausbeute da rausgehen musst, sonst wird es richtig eklig. Und wichtig ist, der Marvin hat was ganz Wichtiges gesagt, hat Freiburg ist halt ein heißer Ritt, dass die nochmal rankommen, weil die einfach jetzt das Programm hatten, was wir am Anfang der Runde hatten mit Darmstadt, Mainz, spielen die alles noch, die spielen noch Köln, Heidenheim gegen Berlin, also die haben im Endeffekt diese Groß-Hochkaräter, die wir jetzt sozusagen noch vor der Brust haben, haben die alle schon mal, okay, die haben wir jetzt schon bespielt und jetzt kommen eigentlich die Gegner, die sie auch besiegen können, vielleicht dann auch, wenn sie Platz 6 erreichen wollen, auch besiegen müssen, das ist schon, also da merkst du, wir können uns nicht auf diesen, was sind es, fünf Punkten da ausruhen und denken, ach naja, die werden schon auch nicht mehr so viele Punkte holen, sondern hier geht es wirklich drum, so viele Punkte wie möglich in den letzten Spielen einzusammeln, Vollgas und dann können wir am Ende die Abrechnung machen, aber nur weil wir momentan, und das ist ja dieses Trügerische, wir stehen ja seit, gefühlt immer, ist zementiert, wir sind da oben und der Platz gehört jetzt uns, wäre sehr schade, wenn es am Ende dann so ist, dass wir den eben noch verlieren, weil, ja, sozusagen wir nicht mehr ordentlich punkten. Wir stehen seit dem 15. Spieltag auf diesem Tabellenplatz 6, aber man muss halt auch dazu sagen, das ist halt auch ein ganz großer Bestandteil der Wahrheit, wir stehen jetzt nicht seit dem 15. Spieltag auf diesem 6. Tabellenplatz, weil die Eintracht so unwahrscheinlich guten Fußball spielt, sondern weil alles um uns rum halt einfach genauso scheiße spielt wie wir. Ja, 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 ist so, ist so, ist so, ist so, ist so, aber ist mir jetzt auch egal, so ist es halt, die spielen alle scheiße, ist mir auch egal, es gibt ein paar, die nicht scheiße spielen, die stehen so zu Recht da oben, wie die, wie Bayer Leverkusen, wie VfB Stuttgart, habe ich mega Respekt vor, finde ich geil, also insofern ist es super und ansonsten müssen wir halt sehen, auf uns gucken und deswegen, Platz 6 und nächste Saison wird alles besser, es ist immer, aber es ist gar keine komplette Seltenheit, es ist oftmals in Jahren, in denen, ähm, andere, Ereignisse irgendwie relevant erscheinen, wie bei uns dieses Jahr, die Europameisterschaft, dass die Bundesliga dann nicht overperformt, das ist oft, das ist gar nicht so selten der Fall und das ist dann auch einfach so, aber wir müssen auf uns schauen. Ja, wichtiger Punkt. Sehr gut. Dann ist jetzt die spannende Frage, wie würdet ihr denn aufstellen gegen, äh, Bremen? Du hattest gerade eben gesagt, äh, Marvin, du würdest gerne irgendwie mit Doppelspitze und Knauf soll drin bleiben und Götze aber irgendwie weiter vorne und so weiter, wie, wie bastelst du das da hin? Ja, ich würde tatsächlich es genau so machen, ähm, dass ich, ja, doch, wir müssen ja gerade darüber nachdenken, wie würde ich es machen, das ist eine gute Frage, das stellt ja wieder sehr viele gute Fragen, das ist ja interessant. Ich hab geübt. Ja, ich merke das. Nee, also ich würde es am Ende so machen, äh, dass ich Eketike und Mammusch an die Doppelspitze packe, ich würde Götze auf die Zehn packen und ich würde so diese Sechse-Achter-Position tatsächlich von Skiri nicht bekleiden lassen, sondern wenn, äh, Larsson fit ist, würde ich Larsson da mal testen, ansonsten würde ich, äh, Dina Ebimbe und Knauf auf den Außen lassen und auch im Defensivverbund nicht viel ändern. Also du merkst, ich würde einfach ein bisschen offensiver. In Konkur aber auch dann? Ja, in Konkur würde ich auch. Ich würde es machen, warum auch nicht? Let's, let's try it. Müssen wir jetzt so tun, als wäre ja jetzt Philipp Max, äh, der Heizbringer. Nee, lass uns einfach nicht so tun, weil das stimmt auch nicht. Also insofern. Aber, das heißt, du spielst mit einer, mit einer Sechser-Position? Richtig. Mit einer Sechser, das ist dann Larsson, im Endeffekt, ja. Und wenn ich merke, dass es mehr benötigt, würde ich Götze da noch hinziehen, wieder zurück. Aber ich glaube, wir könnten auch gegen Bremen einfach mal ein bisschen offensiver spielen. Genauso ist es. Und im Zweifel, wenn ich merke, ähm, ich muss es ein bisschen umstellen, würde ich eher Götiquet wieder ein bisschen nach, ähm, ähm, hängende Spitze packen, aber Mamouche würde ich ganz da vorne lassen. Ja. Klingt gut. Ja, okay. Ich versuche gerade, mir das so bildlich irgendwie hinzuzimmern. Ja, okay. Ja, finde ich eigentlich gar nicht, gar nicht verkehrt. Du hättest auf jeden Fall viel Offensiv-Power, du hättest einen Götze hinten dran, der den, den vorletzten und vielleicht auch den letzten Pass irgendwie spielen kann. Du hast mit Ibimbo und Nkunku auch durchaus Speed auf den Außenbahnen, die halt einfach diese Grundläufe dann machen können. Ja. Klingt jetzt nicht verkehrt für mich. Wer ist da bei dir rausgeflogen? Marvin Skiri ist da von der 6. Skiri mit Larsson tauschen. Ja, Skiri hat definitiv nicht sein bestes Spiel gemacht, wobei man ihm das, glaube ich, jetzt auch nicht vorwerfen kann. Er ist halt einfach, auch so ein Spiel, da kann man einen schlechten Tag haben, ist halt einfach nur das Problem, wenn alle anderen halt sowieso schon keine guten Tage haben, wenn dann die, die halt eigentlich die Leistung für die anderen mitbringen, dann auch mal einen schlechten Tag haben, dann fällt es halt direkt irgendwie auf. Die Form hängt aber seit der Winterpause so ein bisschen, das ist, ich weiß nicht, es sind schon viele Spiele dabei gewesen, die mir von Skiri auch nicht gefallen haben. Ich weiß nicht, ob es einfach auch an den Nebenspielern liegt, die da auch vielleicht nicht so richtig unterstützt haben, aber es ist so, wie du sagst, also die Kombination muss passen momentan, damit er auch wieder aufblüht und vielleicht einfach dann entweder mal einwechseln kann. Dann, keine Ahnung, ob Skiri auch jemand ist, der von der Bank performt, muss man mal schauen, aber ansonsten, Marvin, denke ich, ist die Aufstellung ordentlich. Ja, J.B. ist ja auch jemand, der dann nochmal von der Bank kommen könnte. Ja. Hast du noch ein bisschen was, ne? Das klingt doch alles, das klingt doch alles ganz gut. Dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch und dann haben wir es auch für diese Woche dann, glaube ich, in Gänze besprochen. Marvin, was ist denn dein Tipp gegen Bremen am Freitag? 3-1. Ein 3-1. Dennis? 2-0. Ich tue mich mit dem Tipp gerade echt ein bisschen schwer. Gladbach, nee, Gladbach sage ich schon, Bremen ist nicht gut unterwegs, wir aber auch nicht. Boah, ich nehme den klassischer, Klassiker-Sicherheitstipp und sage 2-1 für die Eintracht. Und mit allem könnten wir gut leben, ja. Wir werden auf jeden Fall drei Punkte und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir da diese Punkte jetzt einfach mitnehmen und dass wir uns Sicherheit verschaffen. Ein bisschen Spielfreude für die letzten Spiele und Augsburg da ein bisschen auf Distanz halten können. Das wäre auf jeden Fall das wichtige Ding an dieser Stelle. Ja, und ich glaube, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, haben wir es für diese Woche in Gänze besprochen. Nein? Aufgaben, nein, was denkst du? Ach, meine Güte. Entschuldigung, jetzt hätte ich natürlich fast das Wichtigste des Tages vergessen, auf das du wahrscheinlich hinaus willst. Ganz aktuell, ja, der Krösche, der Markus, er hat seinen Vertrag verlängert bei der Frankfurter Eintracht. Man hätte es kaum geglaubt, natürlich hat es jeder geglaubt am Ende, also war jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber natürlich für die Eintracht mit Sicherheit von Vorteil bis 2028 wurde das Arbeitspapier langfristig verlängert. Ja, das ist doch mal was. Insofern kann man ja sagen, auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich bin ja unfassbar begeistert, aber ich finde es, man muss auch Begeisterung ausstrühen manchmal, auch wenn es aktuell nicht mega gut läuft, aber man muss ja schon sagen, mit ihm ist ja viel Erfolg auch reingekommen. Bestimmt ein Zielvater des Europacup-Erfolges, also insofern geht die Arbeit da weiter und sicher weiter mit dem gleichen Personalarbeiten ist ja immer etwas, was die Eintracht ja auch besser gemacht hat. Also insofern, Dennis, wie ist deine Reaktion? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, die Unsicherheit und diese Spekulationen sind damit halt endlich weg. Wie oft hieß es, oh, zu Dortmund und war ja schon sozusagen Gentleman's Agreement und so ein Käse, was man alles schon gelesen hat. Da siehst du einfach, diesen ganzen Quatsch hast du sozusagen einen Riegel vorgeschoben, diese Gerüchteküche mal, ja, okay, da sind wir jetzt erstmal an dem Kelch sind wir vorbeigegangen. Das finde ich gut, zur Personalie selbst, wie du schon richtig gesagt hast, hat einiges sicherlich gut gemacht, einiges Verbesserungspotenzial ist auch noch da, um einfach mehr Stabilität reinzubringen und vielleicht noch den ein oder anderen Transfer, den er sich wirklich dann selbst auch aufs Revier schreiben kann. Ohne, aufs Revier, nicht aufs Revier, aufs Revier schreiben kann. Ich schreibe mir das hier aufs Revier, Frankfurt-Öttstadt, hier bei der Polizei. Wunderbar, wunderbar. Ne, genau, also ich sag mal so, ich denke, es ist eine solide Nummer und mir war es eigentlich das Wichtigste, dass einfach diesen ganzen Gerüchte jetzt vorbei sind, weil das bringt Unruhe rein, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein wichtiges Zeichen, man hat den Vertrag ja jetzt deutlich vorzeitig verlängert, der wäre ja erst Ende der kommenden Saison ausgelaufen, also man hat jetzt gute 14 Monate vorher den Vertrag um diese drei Jahre verlängert. Ich glaube, auch das ist nochmal ein Zeichen an die Mannschaft, aber auch an künftige Transfers zu wissen, so okay, der, mit dem ich jetzt vielleicht verhandle für einen Transfer im kommenden Sommer, der ist dann auch nicht irgendwie zeitnah wieder weg, sondern der ist dann auch noch irgendwie da. Also ich glaube auch, dass das einfach so eine ganz wichtige Botschaft für diesen Endspurt in dieser Saison war, auch diese positiven Zeichen da zu setzen. Alles klar. Ja, auf jeden Fall wichtig und dann können wir ja getrost dann uns schon mal gedanklich auch irgendwann mit dem Thema Saisonvorbereitung für die nächste Saison beschäftigen, aber natürlich erst, wenn wir die letzten Spieltage hinter uns gebracht haben. Es ist tatsächlich so, das ist ja auch wie gesagt, man ist jetzt aktuell vielleicht nicht komplett gehypt oder so, weil nicht alles so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, richtig geil gerade läuft, aber es läuft trotzdem gut. Und ich denke, es ist tatsächlich eine große Sache, dass die Eintracht weiterhin ja auch mit Krösche arbeiten kann und gleichzeitig aber auch, dass Krösche für die Eintracht weiterarbeiten kann. Denn auch vor Krösche lief das jahrelang gut, ich sage nur den FB-Pokal und so weiter und so fort. Er hat gut auf dem Erfolg aufgebaut oder auf den Erfolg aufgebaut, den Eintracht Bobic ihm auch hinterlassen hat. Was man ja auch sagen muss, war ja am Ende eine crazy Angelegenheit. Und dementsprechend bin ich gespannt, was Krösche in den nächsten Zeiten noch so kocht und was noch so fabriziert und ob sich sein Wunschtrainer Dino Topmüller wirklich als, ja, der Glücksgriff erweist, von dem er gerade hofft, dass es der Fall ist. Ja, wir werden es mit Sicherheit sehen und weiterhin hier Woche für Woche verfolgen. So dann auch in der nächsten Woche, wenn wir dann hoffentlich über drei Punkte endlich sprechen, die wir gegen Bremen eingefahren haben. So wäre zumindest mein Wunsch. Und ich denke, eure auch. Ja, auf jeden Fall. Gut, Marvin, habe ich noch irgendein Thema vergessen, bevor ich hier wieder versuche abzumoderieren? Nö, aber ich glaube, perspektivisch müssen wir uns schon nochmal darüber unterhalten, wie das mit dem Eintracht-Lack so ist, wie das so ist mit diesem zum Jürgen und so weiter. Da haben wir ja in Nuancen das letzte Mal schon drüber gesprochen, auch ohne Schaum vom Mund, aber es geht so ein bisschen um die Entwicklung und auch so darum, wie der Verein sich weiterentwickelt, welche Dynamik das hat und ob die Fans Schritt halten können oder welche Veränderungen es da immer wieder gibt. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch die sehr günstigen Plätze. Also ich glaube, da gibt es noch so ein bisschen was zu besprechen, spätestens Richtung Ende der Saison, falls hoffentlich der Platz sechs sicher sein sollte und wir vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit haben, um mal da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ja, also da werden wir, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Gesprächsthemen auf unserer Liste und ich würde auch gerne nochmal dann über weitere Ergebnisse aus dieser Stuttgart-Heimspiel-Polizeithematik, ich glaube, da ist auch noch einiges offen, was man mal noch irgendwie weiter besprechen müsste. Also von daher haben wir da noch ein paar schwergewichtige Themen auf unserer Liste. Für diese Woche soll es das dann aber soweit erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Wie gesagt, wenn ihr uns hier supporten wollt, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr nicht nur diese Folge, sondern auch eben Supporter-Informationen und auch ältere Folgen und auch ein Livestream, bei dem ihr dann nächste Woche wieder einschalten könnt, wenn wir dann wahrscheinlich am Dienstagabend wieder über die Eintracht sprechen. Bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, genießt die Ferien-Urlaub noch, falls ihr welchen habt. Viel Spaß am Freitag im Frankfurter Stadtwald, wenn die Eintracht hoffentlich die vollen Punkte holt gegen Werder Bremen und wir sind in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder für euch da. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Hey, hey, es kann man von. Hey, hey, es kann man von. Hey, hey, es kann man von.